Julia, Julia, sagst du mal frohe Weihnachten? Wo ist der Weihnachtsmann? Sag mal, wo ist der Weihnachtsmann? Wo ist der Weihnachtsmann? Sieh, hier! Julia, du sollst das mal sagen! Hey, nicht so wackeln! Ich habe keinen Tüme, ich will ja... Nein, nein, ich habe keine Finger! Gut! Ja, oder? Oh, ein großes Mumi für mich! Für dich! Oh, lecker! Lecker! Musst aber andersrum drehen, Julia! So rum? Ja, so ist richtig! Schön dünn, nicht so knusprig, äh, nicht so dick! Ey! Einfach richtig draufhauen! Mama, drück mal mit! Mama, Julia, du sollst die Pfanne! Oder, 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 Julia, oder! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ja, nein, 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 nein! Aata, mir leckerst du noch nicht, Julia Lisa! Stop! So, so ist es... Oh! Hm! 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 Ich muss einen schönen großen Mumien-Keks haben. Wie heißen die Kekse auch, finde ich? Ein großes Mumien-Pipari bitte. Das ist mein Mumien-Keks. Guck mal, da sind die Mumien-Füße. Ach, du hast doch zweimal reingehauen, Julia. Hand um die Ölchen. Mein Mumien. Ein Herzchen. Ein Herzchen, noch ein Herzchen. Was schmeißt du denn da hin, Julia? Ich hab doch gehemmeißen. Hingeschmissen. Ich hab das. Ich mache doch. Ein Herzchen. Ein Herzchen. Noch ein Herz. Was für ein Blatt? Hallo. Was für ein Blatt? Papa, sagst du, ich wohne Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Hol doch mal schnell. Hallo. Hau. Nein, noch nichts. Das wird aber ein dicker Kekse. Wilja. 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 Ma, wenn ich vor Weihnachten machen. Frohe Weihnachten, Julia. Frohe Weihnachten. Nee, Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wilja, sag mal Frohe Weihnachten. Wenn ich jetzt gehe. Frohe Weihnachten. Das sieht aus wie ein großes Steak. Ist da noch viel drin oder war das alles? Das macht Spaß. Das ist so gut, aber fertig. Los, Willi, nochmal. Komm mal, komm! Rund! Wie ist das, mein Mut? Ja, ich will mal alles. Das ist gut, aber. Ja, das ist so. Das ist so gut. Sprü Weihnachten! Ich will nicht aufschmeißen. Du hast mich nicht noch eine kleine Sache. Verst du etwas kleiner. Verst du hier? Nein, das ist nicht so schön. Julia, nein! Nein, nein. Nein, nein. Das ist so schön. Vilja, so müssen wir das nicht machen. Ich mache das nicht mehr. Ja, nein. Julia, was ist jetzt hier? Nein, nein. Nein, das ist so schön. Schau, schau. Schau. Und dann, du hast ihn nach oben. Das ist gut. Das ist so schön. Du musst du von innen ein bisschen drücken, Julia. So sieht er aus. Cool. Julia, machst du auch einen? Weihnachtsan. Wie viel machst du, Julia? Ein Weihnachtsan. Weihnachtsan? Ein Weihnachtskeks? Was wird das denn? Oh oh. Das ist aber ein ganz schön gedrehtes Mumichen an. Pupadi. Mama macht Weihnachtsbäumchen. Ich will ja nicht übers Gesicht rollen. Wie das kleine Schweinchen. Wie das Peppo-Boys. Oh. Machś, motor, multi, Po. Wie ist das pense Gin'n wir? The trick. The other one. The trick. The trick. The trick. The trick. The trick. Elena! Wilja, 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 vor Weihnachten. Vor Weihnachten. Ist der Tisch kaputt! Sie sind ein eicher, das dauert. Wir müssen drehen. Langsam, Willi. Langsam mit Gefühl. Hei. AAAAAA. GEDITHISSE. HEEE. AAAAA. Naninaninan. Hyvä. Vartetaan. Tuo on ihan ahut. Mama, Mia, musst du mal den Lose sagen? Wo ist denn der? Da ist ein roter Teddy. Wilja, da kann ich die Lose sein. Wilja? Gut, Wilja. Wilja, du hast die Lose sein. Papa, guck, wir haben Lose sein. Sehr gut. Wilja, du willst einmal richtig stechen, nicht so wild. Langsam, andere Seite, sie hat die falsche Seite genommen. Jaa. Toisin päin, näin päin. Näin päin. Aivan usein. Aivan usein. Aivan usein. Guck mal, Wilja. Sag mal Hallo. 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 Na gleich. Macht erstmal eure Hände sauber. Erstmal die Kekse fertig machen. Nein, macht erstmal die Kekse fertig, ja? Aha. Doch. Mama, kann ich gucken? Nein, Wilja, mach bitte die Kekse erst weiter. Du kannst nachher gucken, ja? Ja. Mama kann ich auch. Du hast doch ein Kekse gemacht. Ja. Ja, Hau. Ja, kommt der Strang. Jetzt, wieder 그리고 wir sind. Jetzt? Ja. Ich hände es schon wieder so. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt. Detta müssen wir uns hier noch an. Das ist noch zu dick, Julia. Das ist noch zu dick. Mäuschen, das ist zu dick. Julia, lass mal, lass mal. Pack das mal wieder rein, bitte. Ach, Julia. Mach das denn schön. Den Knumpen, den kannst du mal gleich wegnehmen, den Knumpen. Can I put it on? Pänkö? 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 Mäks mä mä selvin. No niinhän, sit teet? Olta. Nyt tehdään tätä tänne. Nyt se on valmis. Julia, syö ja sä olet. Kannst du den Lappen nicht auch wieder reintun? Nein, das ist kein Lappen, das ist ein Mumin. Kopf, Hände, Füße. Noch mal auf, Finish. Ja, schön warm. Erwähne die Katze jetzt nicht, während ihr hier Kekse macht. Willi, lass das mal stehen, bitte. Du hast die Worte. Du hast die Worte? Ja. Du hast die Worte? Ja. Du hast die Worte total. Du hast die Worte totalen. Ich bin tücht. Spreche 1, 2011 im Holz muss. Dann ging den